Malen und Zeichnen sich hervorragend zur 2D-Animation, Kalligrafie, zum Embossing, Scrapbooking und mehr. Das Starlab Glowboard nutzt fortschrittliche LED-Technologie und eine speziell entwickelte Acryloberfläche, um Bilder von hinten zu beleuchten, sodass sie einfach abzupausen sind. Man kann sogar direkt auf das Glowboard schreiben und geheime Nachrichten hinterlassen, die per Knopfdruck aufleuchten oder es nutzen, um auf spaßige neue Art vor sich hin zu kritzeln, zu zeichnen und Spiele wie Käsekästchen oder Tic Tac Glow zu spielen. Der Kribbelschirm lässt sich leicht abwischen. Die 10 in der Packung enthaltenen Zeichenvorlagen erwecken den Dschungel zum Leben oder führen in ein außerirdisches Abenteuer. Außerdem enthält sie ein USB-Kabel, das perfekt für lange Autofahrten ist, sodass sich ihre Kinder nicht langweilen und das Meer erkunden oder eine Piraten- und Prinzessinnenparty erleben können. Jüngere Kinder können sogar die Zahlen und Buchstaben lernen und üben. Kinder und Eltern lieben das Starlip Glowboard. Ich liebe das Starlip Glowboard. Meine Tochter beschäftigt sich damit stundenlang, ist kreativ, lernt das Zeichnen, die Buchstaben und Zahlen und sogar zu schreiben. Seit mein Sohn das Glowboard benutzt, hat er riesen Fortschritte im Zeichnen gemacht. Es ist toll zu sehen, wie er seine Kreativität am Glowboard auslebt und statt seine Zeit mit Videospielen zu verschwenden. Und dank der einstellbaren Helligkeitsstufen hat man in jeder Situation die richtige Beleuchtung. Man kann sogar direkt auf das Glowboard schreiben und geheime Nachrichten dudeln, die per Knopfdruck aufleuchten oder es nutzen, um auf spaßige neue Art vor sich hin zu kritzeln, zu zeichnen und Spiele wie Käsekästchen oder Tic-Tac-Load zu spielen. Und der Acrylbildschirm lässt sich ganz leicht abwischen. Besorgen Sie sich gleich heute Ihr eigenes Starlip Glowboard. Sie erhalten das Glowboard, ein USB-Ladekabel, 10 Zeichenvorlagen und 10 Zeichenblätter, mit denen Ihr Kind stundenlang Spaß haben und lernen kann, ohne dass es langweilig wird. Nehmen Sie sich gleich eins mit an die Kasse!